Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde, ja was ist denn das hier bitteschön, Hunger Games, Survival Games, wie auch immer man das nennt, ich bin, ähm, hab das noch nie gemacht, ich werd irgendwie alle zwei Minuten von irgendwelchen Leuten zu Multiplayer-Projekten mit Hunger Games eingeladen, können wir da mal ein Together machen oder hier und ich hätte auch gerne immer zugesagt, leider ist es mit mir, äh, immer sehr blöd so ein Together-blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl und so ein Together zu ver- zu ver- zu ver- hallo, zu veranstalten, weil ich ja immer nachts aufnehme und die machen das meistens irgendwie mittags oder abends und da stecke ich dann in, äh, keine Ahnung, in, in der Erde des Grauens fest, ja, ich weiß, ihr dachtet was anderes, ihr, ihr versaut Menschen, dass ich, ach, ist jetzt auch Banane, jedenfalls, ich dachte mir mal, man kann das so zwischendurch einschieben, weil ich hab noch nichts für diesen Montag und komm auch nicht zu Montags in der Zone oder so, deswegen, warum nicht mal Hunger Games oder Survival Games zocken, Sodo von mir kommentiert, und zwar auf was für nem Server, didin, 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 auf, äh, dem neuen Minecraft Hunger Games, Survival Games Server von Sombay, ich hab keine Ahnung, ob da noch jemand ist, weil wir haben gerade eben 23.53 Uhr am Sonntag, äh, da sind die meistens bestimmt am Pennen, oder die meisten sind wieder bestimmt am Pennen, und man sieht auch, ich bin sprachlich wirklich nicht mehr so auf der Höhe, aber mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme, ich hab noch nie, ähm, das Ganze gespielt, also ich hab noch nie, äh, Survival Games oder Hunger Games gespielt, und, äh, da werd ich auch gleich erkannt natürlich hier und all so ein Kram, und, äh, da geht's nach Hunger Games, ich laufe einfach mal gerade aus, Abkürzung, ich spring jetzt hier auch einfach mal rein, ich hab wirklich keinen Plan hier so, äh, gut, hier ist, hier ist Dingens, hier steht doch bestimmt auch irgendwas, oder? Survival Games, Click to Join Arena 1 und so ein Kram, und, ich bin nicht Kedo, ich bin Kedos, Mann, Nils Gräber, verdammt nochmal, ist ja nicht zu fassen mit dir, und, Kroko, Kroko bin ich auch nicht, ist ja jetzt auch egal, ihr werdet den Chat einfach mal nebenbei nicht beachten, und, no way the real, äh, hier all so ein Kram, ja, ihr werdet schon noch sehen, wenn er echt ist, jetzt muss ich mal gucken, wo join ich denn hier jetzt und wie, einfach mal den vollsten, oder? Game already started, wo, was hat nicht gestartet? Hallo? Ach, guck mal, ich bin ungut drin gelandet, so, ja, 1 von 24, ich bin begeistert, übrigens Minecraft jetzt natürlich irgendwie nur komplett so aufgezogen, ähm, dass das Ganze jetzt nicht so den, den, den größten, größten Sinn, ach, da join sie mir auch gleich nach, das ist ja super, also, ist natürlich auch jetzt so gemacht, dass wir hier gerade eben nicht irgendwie das, äh, größte Texta-Package drin haben, um genau zu sein, haben wir gar keins drin, und, ich schreibe einfach mal so zwischendurch, jep, so, ne, damit die mal da kurz irgendwie mitbekommen, dass auch ich das hier gerade eben bin, und jetzt schauen wir mal, ob sich die Arena hier noch nach Möglichkeit füllt, also, ist ja schon mal cool, dass die Leute aktiv sind, ihr könnt übrigens auf dem, äh, Server vom Zombie, äh, zocken, wie ihr wollt, also, der ist für jeden frei zugänglich, ich hab dir ja gerade eben auch bemerkt, und die IP werd ich auch nochmal in, äh, die Beschreibung posten, nimmst aber nett auf, oder? Ne, ich bin noch nicht im Livestream, ich, äh, nehm hier gerade eben tatsächlich auf, wir müssen ja mal kurz hier diese komischen Dinger wegmachen, hier mit, äh, Taking Inventory und sowas, ich hab ja gerade eben das alles neu runtergeladen, und, äh, ich hab ja auch, äh, egal hier gerade eben. Ja, was soll man weiter noch groß erzählen, für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, das Ganze hier ist abgeleitet von den Hunger Games, den Filmen an sich, oder den Büchern an sich, sowohl die Bücher als auch der erste Film ist super, äh, die Bücher sind tatsächlich noch ein bisschen besser, als der Film an sich, jedenfalls gibt's ja bisher nur einen Film, deswegen kann ich das noch nicht komplett beurteilen, und es geht eigentlich darum, einfach zu überleben und alle anderen Spieler auszuschalten, also, in, äh, die Tribute von Panem, beziehungsweise in Hunger Games an sich hat das Ganze natürlich noch so einen gewissen, äh, wie soll man das beschreiben, einen gewissen gesellschaftlichen Hintergrund und all so ein Kram, und ich hab jetzt keine Ahnung, wann das hier losgeht und wann nicht, ich muss einfach noch die Zeit füllen, ich weiß, dass es super langweilig für euch mal wird, aber wahrscheinlich sollte man auch erst warten, bevor das Ganze wirklich irgendwie halbwegs anfängt, aber, ach, guck mal, Game Starting in 60, okay, wir sind es natürlich nicht so viele Leute, das heißt, die Runde wird ein bisschen kürzer werden, ist aber auch nicht so schlimm, ich werd mich eigentlich am besten gleich aus dem Fenster stürzen, denk ich mal, oder? Weil in die Mitte erscheint mir doch dann ein bisschen blöd. Ja, ich, äh, ich stürz mich aus dem Fenster, ich, äh, weil die werden mir sowieso alle hinterherrennen, ich hätte das irgendwie so in Kognito machen müssen, aber ich kann mir ja keinen zweiten Minecraft-Account nur dafür kaufen, dass ich hier Hunger Games spielen kann, oder ich hätte auf einen unbekannten Server gehen sollen, aber keine Ahnung, ich mag das, wenn man irgendwie noch ein bisschen den Chat nebenbei da haben kann. Uiuiui, ich mach Bodyguard für Kedos, ja, das ist ja schön, weil ich hab auch selbst keine Ahnung, absolut keine Ahnung von nichts, aber wie gesagt, nur ein kleines Montags, äh, Füllungsvideo, wir werden das ab sofort immer so machen, dass wenn ich absolut nichts auf Lager hab, dann kommt ja immer entweder ein Flash-Check oder ab jetzt eben eine Runde, äh, Hunger Games, je nachdem, wie das eben aussieht. Mann, 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 ich bin aber auch ganz schön aufgeregt hier gerade eben, alter Verwalter. Oh, ist das nicht süß hier, bekommt er noch Liebeserklärungen rein, und ich, ich werde direkt rausrennen. Also, in den richtigen Hunger Games ist das übrigens so, dass, ähm, wieso, wieso sprint ich gerade eben nicht? Abgang, äh, dass, dass man, wenn man von diesen Plattformen runtergeht, von Minen getötet wird, nur um das mal so kurz als Detail noch zu erwähnen. Das ist eine Schneelandschaft hier gerade eben, übrigens, ich werd bestimmt noch irgendwie Musik drunterlegen, obwohl ich die Minecraft-Musik sogar irgendwie erwähnt hab, äh, oder anhab, glaub ich. Ist irgendjemand hinter mir her? Oh, guck mal einer an! Das sind ja sogar, oh, das find ich cool, weil das sind ja jetzt eigentlich gerade eben Spieler, die sich wirklich darum kümmern, dass hier ein gescheites Match zustande kommt, weil sie nicht alle gleich auf mich bashen. Und da hab ich auch direkt mal eine Enderperle bekommen, was mir absolut nix bringt, oder? Und ein Steinschwert. Ich will immer die Schwerter ausrüsten, und ich weiß nicht, wo ich das, wo ich, wo ich das her hab. Ist er oben geblieben? Nö, ich bin nicht oben geblieben. Ich hab mich verpisst. Aber, äh, schleunigst hab ich mich verpisst. Ist hier irgendwo jemand? Ich hätte noch irgendwie Optifine installieren sollen, hätte ich hier wenigstens zoomen können. Ach ja, ich geh mal hier rein. Ich kenn natürlich weder, weder, weder die Map noch sonst was. Nö, ich warte nicht. Das könnte ja auch irgendwie einer sein, der sagt, äh, guck mal, ha, 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 ich bin einer der Übriges. Bin ich nicht ein Gangster hier gerade eben? Das könnte ja auch einer sein, der das ganz fies sagt, dass er mich beschützen will. Und, dabei tut er das vielleicht gar nicht. Wie komm ich hier jetzt, bitteschön, ach, da muss man hier so machen, ne? Äh, so. Hallo? 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 Dankeschön. Äh, jetzt mal gucken, ob ich von hier oben irgendjemanden erkennen kann. Und das, der ruckelt hier mal gerade kurz für eine Minute. Ähm, da ist einer raus, da ist wieder eine Truhe mit, für was die ganzen Enderperlen eigentlich? Bin ich ein bisschen dumm? Wofür braucht man die? Runterspringen ist eine Scheißidee, ne? Ähm, ich lauf hier mal weiter. Mal gucken, wo ich dann lande. Oder muss ich, ich muss, ich muss den Weg wieder zurückgehen, oder? Aber da, da hat doch, mich hat doch... Immer dieses Gebombe hier, alle zwei Minuten, das ist schon nicht zu fassen. Ich bin jetzt gerade immer so ein bisschen auf Beobachter-Position. Hab aber Angst, dass wenn ich hier gleich runtergehe, da mich irgendjemand umbringen will. Aber mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, ne? Als mich wieder nach unten zu verpissen. Aber ist schon spaßig. Also ich finde, das ist mit einer der besten, ja man kann ja fast sagen, Modifikationen für Minecraft. Obwohl ich das jetzt gerade eben wirklich das erste Mal spiele. Quasi meine Hunger Games Entjungferung. Es tut mir leid an all diejenigen, die ich da immer absagen musste. Das waren wirklich viele Leute. Ich hatte das auch super gerne gemacht. Naja, sobald das Zimmer oben fertig ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, euch öfter sowas noch mit anderen Leuten zusammenzuliefern. Wir werden bestimmt auch mal schaffen, irgendwie, also das werden wir sicher schaffen, hier in Hunger Games zusammen mit dem Zombie zustande zu bekommen. Oder vielleicht frage ich auch mal beim Titte an, beim Table-Tennis-Gamer oder so ein Kram. Aber großteils einfach mal von mir alleine kommentiert. So just for fun, ne? Vielleicht ist es ja witzig, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben beziehungsweise per Bemerkung, äh, per Bemerkung, genau. Macht direkige Bemerkungen, meine lieben Freunde, per Bewertung und all so ein Kram, wie ihr sagen könnt, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich denke doch, das ist ganz witzig, einfach so als Video für zwischendurch reingehauen. Das erwähne ich zum 10.000 Mal, weil ich natürlich denke, dass alle meine Zuschauer dumm und begriffsstutzig sind und das sonst nicht peilen. Und ich wage mich jetzt einfach mal in so ein anderes Gebiet rein, ja? Und man kann übrigens auch andere Dinge auf dem Zombie-Server spielen. Boah, ich mach ja voll die Werbung, ne? Übelcht. Warum Melonen? Die kann man essen, oder? Ich hab hier grad ein bisschen Bammel, wo ich glaub, wie viele Spieler sind noch da? Drei? Keine Ahnung. Die haben bestimmt auch alle, weil die kennen natürlich die Karten. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn man die Karten halbwegs kennt. Hier ist es mir zu dunkel. Und wenn man die Karten kennt, dann weiß man natürlich auch, wo die Truhen mit den besten Items sich befinden. Vielleicht sind sie auch alle in dem Haus da. Das ist sehr wahrscheinlich. Ach, guck mal, das ist ja die Freiheitsstatue. Das hab ich ja gar nicht gepeilt. Hm, hm, hm. Konfrontation suchen oder nicht? Ja, das ist hier die Question. Oh, guck mal, es schneit. Jingle Bells, jingle bells, jingle all the ways. Oh, what fun it is to say, Hunger Games are on today. Hier bin ich doch rausgesprungen, oder? Ist das noch eine Kiste so dazu, oder? Mal gucken. Schau mal einfach mal nahe, ne? Ich denke, andauernd hier werden irgendwelche Leute getötet, aber ist das nur der dumme Blitz. Oh, scheiße. Die war leer. Mooney, die war leer. Ach, schön, da ist jemand toll. Bist du AFK. Hast du super gemacht, MoDado. Wirklich, also ich bin bei sowas. Da ist bestimmt einfach nur wegen mir gegangen. Was ist das hier? Don't swim under the ice. Ist das wahrscheinlich wirklich eine dumme Idee. Ich mach das mal nicht. Da gibt es bestimmt irgendeine Truhe. Irgendein Special Shit, den man da bekommen kann. Ach, guck mal. Ist das? Da rennt einer, da rennt einer. Guck ihn dir an. Konfrontation, Konfrontation. Hat der was Besseres als ich? Es sieht so aus, ne? Oh mein Gott. Der Oberfeigling hier. Doch, ich renne weg vor dir. Ich hab Angst. Tierische Angst sogar. So, ab in die Höhle. Während das mit einem Apfel schnabuliert. Oh, verdammt. Der ist mir ganz nachgefolgt, ne? Bringt der mich um? Ich weiß nicht. Also, wenn er jetzt natürlich richtig hart spielt, bringt der mich natürlich um. Stürb! Du, du versaufst alles. Das ganze Video. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also das Video dauert nur noch so lange, wie Shidalko sich dazu entscheidet, mich nicht zu töten. Habe ich das erwähnt? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung, warum er jetzt steht, aber ich finde das gut, dass er steht. Keine Lederkappe für dich? Nee, ich habe einfach gar nichts. Oh, Fisch mal kurz für zwischendurch, Mann. Das sind die aber... Und gerade läuft Minecraft-Musik. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Kann ich die Melonen nicht einfach essen? Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Melonen machen soll. Die kommen wahrscheinlich irgendwie zu was Essba... Hallo? Nein! Ash Ketchum! Shidalko hat zu Recht gewonnen, aber das ist okay. Ich möchte ja eh noch irgendwann ins Bett. Ich wollte dir helfen. Ähm, was soll ich ihm jetzt schreiben? Du hast geholfen, das Video zu beenden. Ach ja, Shidalko, aber das hat er gut gemacht. Er wollte mir ja eigentlich helfen, aber ich bin halt grundsätzlich bei den Hunger Games. Da muss man wirklich auch so ein bisschen fies drauf sein. Da muss man wirklich auch denken, dass nicht immer alle nur Friede, Freude, Eierkuchen sind. Aber sehr cool. Hat Spaß gemacht, obwohl es jetzt nur eine kleine Masse an Leuten war. Aber ich denke doch mal, auf dem Server werde ich mich ein bisschen öfter umtreiben. Also ich denke, die Hunger Games-Runden wäre ich ebenso... Ich erinnere mich noch, als wäre, dass du mich in deinem Leistung erwähnt hast. Oh, guck mal, jemand mit Vergangenheit hier. Ich denke, ich finde das ist einfach ganz nett. Also das heißt hier auf dem, ähm, Zombie-Server, auf dem Server von Zombie, da werde ich Hunger Games zocken. Und ich glaube, vorerst auch mal wirklich nur auf diesem Server, weil da eben Leute drin sind, die, äh, auch schön ein bisschen im Chat durch die Gegend schreiben und die sich anscheinend auch ganz nett verhalten bei den Spielen und weil da immer was los ist. Weil ansonsten muss ich mir irgendwelche Server raussuchen, die, naja, keine Ahnung wo sind. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Klar, hier erkennen mich vielleicht Leute. Klar, hier werde ich vielleicht ein bisschen härter gejagt. Aber, naja, dann kann man ja auch vielleicht verfolgen, wie ich so im Verlaufe der Folgen immer besser werde. Und dann, dann können mich so viele Leute jagen, wie ich will. Ich bounce sie alle weg bis sonst wo hin. Gut, das war's mit dieser Runde Hunger Games, beziehungsweise Survival Games, auf dem Server vom Zombie. Und ich hab wirklich das Gefühl, als hätte ich innerhalb dieser zwölf Minuten nur zwei Sätze gesagt. Zum einen, das ist der Server vom Zombie. Und zum anderen, das ist jetzt immer so ein Zwischenprojekt. Das heißt wirklich unglaublich witziger und innovativer Content. Bomben Ding. Kann ich nur sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Morgen kommt ein neues Let's Play auf meinem Channel. Also ein komplett neues, richtiges Let's Play, halt Minecraft. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Churchill, Dö und reingehauen. Stay zoned. Ach, was zum Henker. Ach, was zum Henker. Ach, was zum Henker.